Und, wann immer du willst? Mhm. Der hat sogar ein Fernsehen! Den guck ich mir an. Das ist Dortmund. Das ist Dortmund. Was ist das für eine Diskriminierung, verdammt? Okay, wir haben noch drei Minuten auf dem Band. Warte, tiefer Shogun. Der hat ja sogar einen Fernseher. Scheiße, wir haben ein Gleichgewicht verloren. Tiefer. Los. Der hat ja sogar einen Fernseher. Den guck ich an. Mir an. Ja, gut. Ja, nicht schlecht. Und, läuft. Der hat ja sogar einen Fernseher. Der kommt etwas höher, also etwas mehr in den Rückenstrecken. Und, du kannst? Der hat ja sogar einen Fernseher. Den guck ich mir an. Mensch. Beeilung hier. Ja, der hat ja auch einen Fernseher. 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 Das ist ein anderes-